Wird auf eine volle Erwerbsminderungsrente Arbeitslosengeld oder Krankengeld als Hinzuverdienst angerechnet? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Grundsätzlich wird auf eine Erwerbsminderungsrente Hinzuverdienst angerechnet, de facto so ähnlich wie bei einer Altersrente. Unter Hinzuverdienst verstehen wir Arbeitsentgelt, Arbeitseinkommen und vergleichbare Einkommen. Jetzt sagt aber das Gesetz, dass noch weitere Hinzuverdienstarten bei einer Erwerbsminderungsrente angerechnet werden und zwar bei einer vollen Erwerbsminderungsrente, das sogenannte Verletztengeld aus der gesetzlichen Unfallversicherung und das Übergangsgeld aus der gesetzlichen Unfallversicherung. Damit ist klar, dass Arbeitslosengeld I und Krankengeld, wenn ich eine volle Erwerbsminderungsrente beziehe und wenn man die mir rückwirkend bewilligt hat, nicht als Einkommen auf die Erwerbsminderungsrente angerechnet werden können. Das gilt aber nur bei der vollen Erwerbsminderungsrente. Bei der teilweise Erwerbsminderungsrente kann Arbeitslosengeld und Krankengeld angerechnet werden. So sagt es uns § 96a Sozialgesetzbuch Nr. 6. Näheres zum Thema Hinzuverdienst und Erwerbsminderungsrente erfahren Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.